hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen reaction video vom kanal cat incredible und heute guckt ihr mit mir eine indonesische transgender sängerin ich habe vor ein paar tagen noch eine thai transgender sängerin angeschaut und da wurde mir das empfohlen und zwar geht es um die sängerin tatum zulaika mit dem die planet og bin sehr gespannt gucken wir uns das mal an wie das ist let's go okay 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 Okay. Okay. Oh, God. Okay. Is it, like, Halloween concept? Ooh. Oh, oh. Holy shit. Hat ihre Tattoos gesehen auch. Sie hat richtig krasse Tattoos gehabt. Vor allem hier, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ob es Arabisch oder Persisch ist. Und ja, krasse Outfits, krasse Style. Wow. Wow. Gucken wir uns hier mal die Tattoos an. Hier sind Leoparden. Und dann ist da was geschrieben. Und hier auf dem Bein, Hüfte. Sieht schön aus. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Oh Is she a murderer? OG? Oooo, she's dancing Oha Damn Oh, is this Indonesian? Oh Nice outfit Bitch, are you dumb? I'm a bad bitch Off a planet OG When you press fast In the fucking NADING NADING Follow the leaders Fuck all the leaders Now be internet peace I'ma be a bully Oooo Ooooo But she's small Ehhhh Ehhhh Holy shit Auf jeden Fall liken wir und abonnieren für die Zukunft Bin echt gespannt was die noch so rausbringen wird Oder habt ihr noch andere Lieder? Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben Wird mich sehr interessieren Auf jeden Fall nice Musikvideo Cooles Lied Sie hat auch getanzt Krasse Styles Richtig gut gemacht finde Und ja Schreibt mir eure Meinung zu dem Lied zu dem Video in die Kommentare Und falls ihr noch andere Vorschläge habt Zu anderen indonesischen Künstlern Wir haben auch Reactions zu anderen indonesischen Künstlern Dann ja Vergesst nicht zu liken Und zu abonnieren für mehr indonesischen Popmusik Ich sage auch Dankeschön fürs Zuschauen Stay safe, stay healthy Und bis zum nächsten Video Bye Bye